Erkenne ich meine Kinder an der Schrift? Erste, okay, das weiß ich. Das ist Feline. Das ist Save Feline. Richtig. Das ist Henry, weil er oft das A wie ein O schreibt. Dieser Zettel ist von Aaron. Nee, jetzt bin ich total verwirrt. Dann ist das Henry. Dieser Zettel ist von Milo. Dann ist das Kimi und das ist Henry. Genau andersrum. Ich habe zwar verloren, aber mit der Schrift bin ich sehr zufrieden.